so ein herzliches moin moin an alle durchgekneiten hier wieder euer mrlody35 mit let's play minecraft und lasst euch sagen es ist heute wirklich verdammt heiß und aufgrund dessen ist es wahrscheinlich dass der live stream am samstag ausfällt weil mein pc einfach mit der hitze nicht zurecht kommt aber naja zurück zum spiel hier haben wir die kohle und ich versuche einfach mal das scheiß creeper noch geht ja immer noch nicht zu so ich hoffe jetzt dass das reicht sogar einer zu viel yay so und abwärts genau so das hätten war so dann wollen wir auch mal sehen mit stämmen gehen wir mal rum Und das Projekt, nennen wir jetzt mal der Turm, ist natürlich noch nicht gewachsen. Und, äh, ja. Also, es könnte sein, dass es morgen ausfällt, kann aber auch das Gegenteil sein. Ihr werdet es sehen. Jetzt wollen wir einfach mal die Mauern weiter hochziehen. So, aber es steht schon mal fest, dass Dennis morgen dabei ist. Und, also, ich sag's mal so, wenn der Livestream morgen stattfindet, dann natürlich wieder um 20.15 Uhr. Oder, ach was. Gegebenenfalls starten wir hier schon um 20 Uhr. Dann kümmern wir schon die 15 Minuten. Und dann geht's auch schon so richtig ab, weil wir zocken MindClan, äh, ja, diesen MindCamp-Abklatsch. Nennen wir ihn einfach MindClash. Und dann hat sich die Scheiße jetzt erstmal erlegt. Ist natürlich nur ein Projekt, äh, ist natürlich nur ein Blaupausenname. Es wird auf jeden Fall eine relativ kurze Pause, äh, ähm, Folge, sorry. Es wird auf jeden Fall eine relativ kurze Folge, denn, ja, wie schon erwähnt, es ist eine Bullnitze hier oben in meinem kleinen Aufnahmestudio. Und, äh, ja. Ja, ich hab wieder einen Dantaskin. Und ich find's auch, ehrlich gesagt, etwas schade, dass gerade keine anderen Mitspieler auf dem PS sind. Und ich hab schon wieder keine Steine mehr. Yay. Spinnig? Spinnig? so einfach mal etwas erleuchten äh, ja äh, Mob-Truhe, Mob-Truhe da haben wir sie dann wollen wir doch mal wieder das Feld abernten äh, ja Und dann gehen wir mal wieder Ben Moin Moin Hurra, die Napperschaft brennt schon wieder Erlöst Und so einfach geht das Hallo Spinni Gucken wir mal, wie viel FPS wir haben Ah, naja Geht so So Moin Rein damit So Zack So Leute Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen Ähm Und denkt dran Samstag Livestream mit Dennis Gegebenenfalls noch Justin und andere Konsorten Und Burnout Paradise Minecraft Clash Und wahrscheinlich auch noch Minecraft LP Welt So, ziemlich umfangreich Naja, jedenfalls Vielen Dank fürs Zuschauen Und vergesst nicht Ihr macht ein Abo Ich mache einen Abgang Euer Bissau 35 Over and out Ich mache einen Abgang Und dann